Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der beste Mann Ich liebe dich Herzlichen Glückwunsch Elias, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube Ich fand den Reis aber ein bisschen salzig Trotzdem sehr lecker, aber sehr lecker Auch Willi hat mich gekälter schwanz Wo ist der Discord Digga, wo sind die? Ich finde nicht mehr Willi und so, die haben sich in Luft aufgelöst Wo bist du? Aber wo seid ihr alle im Discord? Wo seid ihr? Nein Digga, bei mir werdet ihr nicht mehr angezeigt Ich darf neue Schenken, ich muss ein Video an Es geht nicht, guckt euch das an Es kracht in Berlin, aber wo? Ich hasse Technik, so krass, die werden mir nicht angezeigt Ich habe neu gestartet, die werden mir nicht angezeigt Mann Digga, ich hasse Technikprobleme, so krass Ich schwöre euch, ihr könnt bei sowas ausrasten Digga, ihr werdet mir nicht angezeigt im Discord Ich kann nirgendwo rein Bleib mal looock Du Wichser, ich schwöre, du bist so ein krasser Wichser Bleib mal loock Ich habe hier gerade fast einen Nervenzusammenbruch bekommen Ja, die Technik wieder ganz anders geschoben Naja, nicht so gut, sondern war halt für die Zeit für mich da Wo ich halt mit Eltern Stress hatte Nein Jetzt fängst du wieder damit an Oh mein Gott Wir hatten das doch schon, das Thema Nicht vor so vielen Leuten Also wirklich Wirklich, verstehe das doch mal Hier gucken viele Menschen zu Das soll hier ein vorbildlicher kinderfreundlicher Stream sein Ich weiß nicht böse, aber es sind Leute, die wirklich denken, dass ich das war Dope Schieb mir das Ding nicht Jetzt zieh dir den Stil selbst an Ich habe damit nichts zu tun Ich bin, ich habe eine richtig gute Welt, die kennen das Ey, langsam Melina Kann ich das, ich kann dich nicht mehr beschützen Ja, sorry Leute Du meine Eltern Also wenn du hier schon pupst Okay Dann musst du das vorher wenigstens ankündigen Von 40.000 Leuten Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl, es ist eine Geek, glaube ich Du kleiner Nacken Du bist ein Eisberg, du bist ein Eisberg, du bist ein Eisberg Es ist ein, es ist ein, es ist ein Spiel gegen das Glück Guck den Mastner noch nicht in die Augen Guck ihn nicht in die Augen, bitte Bitte guck ihn doch nicht in die Augen Also zwei gehen da gerade auf mich Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Ist das respektlos Wenn man in einer Windchallenge gegen Streamsniper spielt Er folgt mir Bann ihn schon mal Bann ihn aus meinem Chat Nein Melina, das sind die Nachbarn, ich kann das nicht Ich kann das nicht, sag ich muss arbeiten Mach bei mir die Tür zu, mir ist das peinlich Mach bei mir die Tür zu Mach einfach aus, mach einfach die Dinge aus Niemand hat was gesehen Wir haben nichts gehört Ich verstehe das, ich verstehe das Okay, ich habe auch Angst Ich habe auch Angst Es ist wirklich nicht der richtige Moment Klippen Klipp die Scheiße Ich spiele gegen den Abonnenten, der mich gestreamst Also anders kannst du mich nicht erklären Die warten alle im Finale und suchen die ganze Zeit Er folgt mir, genau dieser Name folgt mir Und ich werde dich überall bannen, du kleiner Nuttensohn Und ich hoffe Bayern steigt ab Selbst wenn du gewinnst, hast du nichts in deinem Leben erreicht Ich hoffe du bist wirklich 74er Jahrgang Deine Kinder lügen, wenn sie sagen Ich muss es sagen, Melina Jemand ist in meinem FIFA drin Ich schwöre, jemand hat gerade was hier umgestellt So wahr ich hier sitze Ich schwöre, jemand hat auch so hier gemacht Und hat dann meine Spieler umgestellt Ich kann es euch beweisen Ich kann es euch beweisen Das bin ich nicht gewesen Guck mal, das bin ich Das bin ich nicht gewesen Ich war nicht mit meinen Kontrollen Ihr versteht es nicht, ne? Das ist meine Kontrolle Jetzt bin ich nicht mehr mit der Playstation Das Ding stecke ich jetzt in meinem PC Damit ich 1 der 4 spielen kann Jetzt bin ich in 1 der 4 Und in FIFA Ich bin mit beiden verbunden Ihr habt recht Ich kann das nicht mehr Ich kann nicht mehr, Jett Ich habe heute über 50 Spiele gemacht Und ich komme einfach nicht weiter, ne? Hier Oh mein Gott, Minus 90 Jett Minus 90 Was heißt Minus? Minus Jett Minus 90 Fast gewonnen Hier Oh, ich bin nicht mehr Topfrager 1814 Das ist Topfrager Nice, danke, dass du dafür dein Mikro angefangen hast Nice, Bro Mach sein Mikro an, damit er rein husten kann Ist der dumm? Julian mit einem Fünfer Hoi, Ueli, ich hoffe, es geht dir gut Ich weiß, mit Freikaufen ist es hier nichts, aber Bro Einer mal nachgucken, warum der Mann gebannt wurde Perfekt Der Mann hat gerade einen Fünfer donated Und hat gefragt, ob ich ihn ein Ding sagen kann Hashtag Medion Hashtag Medion Hashtag Medion Du Danke für den Fünfer, Bro Aber du wirst nicht entbannt Aber danke für den Fünfer Ich glaube, er ist hier rechts Ja Viel Spaß Er ist oben rechts in der Ecke Er kommt, er kommt, er kommt Er kommt Nein, Willi Ich war das Digga Er ist tot Er ist so tot, Jett Er rennt ihn ins Ist Ados tot? Ados, bist du tot? Willi ist alleine Er ist rausgegangen Willi Willi Du musst weiterspielen Willi hat das Spiel beendet Jetzt Schlau im Leben Abfahrt Signal Abfahrt nach Hause Schlau im Leben Mit seinem Kreuz die ganze Zeit Schlau im Leben 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 Oh meine COF Ja reicht, wir haben verloren War es gut? Wir haben es nicht geschafft Ja ja, war gut Wir gehen nochmal mitreiß Klopft hier jemand? Ja, bei dir klopft jemand. Willi, bei dir klopft jemand. Willi? Bei dir klopft jemand, oder? Bei Eldos klopft jemand. Bei mir klopft niemand. Digga, es hat grad bei Eli, Borat, Elberde, es klopft jemand. Ist das Melle? Warte mal, bitte. Nein, ich hab das Klopfen bei euch auch gehört. Ey, Jungs. Hat hier geklopft? Bei uns? Geklopft, nicht geklingelt. Ja. Warum klopft? Das klopft nicht. Ich hab Angst. Echt? Nein, sie verarscht mich. Sie verarscht mich, sie verarscht mich. Ey, Digga, es klopft doch hier. Eldos klopft, Eldos klopft. Digga, Eldos, willst du mich verarschen? Ey, ich bin auf alles, Jungs, ich bin das nicht. Digga, dann ist das aus dem Spiel, Willi. Es ist aus dem Spiel. Oder irgendwas passiert hier. Wann zu Delay Sport? Weiß nicht. Hab noch kein offizielles Angebot bekommen. Also, kann ich euch nicht sagen. Ich glaub, die wollen mich einfach nicht. Macht der Präsident der Präsidenten Sachen? Ich hab mitbekommen bei Wolfsburg, da kriselt's ein bisschen. Sagt ihr so wie es ist? Wir hätten noch einen Platz frei. Delay Sports. Könnt ihr zwar keine Millionen bieten, aber ein cooles Blondes nach dem Spiel. Männer mit Ehrgeiz und Männer mit nem Ziel. Falls du deine Karriere nochmal ausklingen lassen willst. Berlin, schöne Stadt. Wir haben einen guten Trainer, gutes Ambiente. Shisha, stimmt. Pfeifen ohne Ende. In der Halbzeit wird da auch nochmal gebufft. Sammelt mich halt. Here we go. Max Kruse hat mir geantwortet. Und ihr sagt, ich bin ein schlechter... Und ihr sagt, ich bin ein schlechter, ähm, Dingster. Eigentlich sagt's niemand. Ich bin der beste Präsident. Vielleicht komm ich irgendwann drauf zurück. Der kommt eh nicht her. Es ist doch nur Spaß, Chat. MW2 mit Karsten und Willi. Oh Gott, ich bin gespannt auf den hier. Nee, erste Runde 100. Ende sind aber auch noch nicht warm bei mir. Bei mir auch nicht, oder? Die durch Ausrede normal. Erste Runde. Erste Runde. Sagen wir mal so, beide fast 15 Kids. Simon, wie haben wir? 9 und 8. 8, 16, 9, 14. Passt. Jungs, entspannt in 0, 5er und 0, 6, 4er Quote. Danket euch. Oh, ich hab einen gewoven, er satt. Kein. Habt ihr das gesehen? Würde Eli jetzt noch mehr Kills machen, dass wir gewinnen? Ja, aber, Digga, mich killen, Leute. Die wirklich kein Leben haben, die Notensöhne. Eli, das ist auch immer mein letzter Call. Wenn ich sonst nichts mehr sagen kann, sage ich einfach, das sind süchtige Hufensöhne. Ich spiele den ganzen Tag. Ganz oder gar nicht. Jetzt haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Digga. Also, die sind Tode. Wirklich, wir wechseln. Geweihe. Denzel Washington ist aber wirklich ein Wichser. Mann, Digga. Es kracht in Berlin. Hast du es nochmal in die Kamera geschafft, sagst du? Guck mal, wie ich schieße. Oh, er liegt einfach am Boden. Ey, diese verdammten Fenster sind OP, die gehören zu genagelt. Wie der Keller von seiner fette Mutter. Oh, im Bus, Digga. Freddy, komm Bus bauen. Oh, wieder aus dem Fenster, wo seine fette Mutter rausfliegt, wenn ich vorbeikomme. Ich komm da nicht. Für den scheiß Job. Weil finken wir dich die fette Sau nie. Nein, du A**loch, Mann. Mann, du A**loch, du. Guck mal, wie er da im Haus sitzt und seinen scheiß Euro sucht, Digga. Ich hab deinen scheiß Euro, du Penner. Guck sie an. Schockdings da. Digga. Jetzt mal wirklich. Der Typ schmeißt mich die ganze Zeit ab. Ich wohne jetzt zweimal Gesamtext. Karsten, zweimal schon. Ah, wieder tot. Bro, der kämpft da immer noch, Chad. Dieser Harakiri. Du bist ein H**sohn. So ein Rumgepimmel, Digga. Guck mal, der kommt nicht mal, um mich zu pushen. Guck ihn dir an. Jetzt fühl ich dich besser. Also wirklich, Chad. Ja. Ich glaube, eure 80 Euro wären sogar in FIFA Packs besser aufgehoben als in dem Spiel. Oh mein Gott. Der Fennig macht so Laune. Klippen. Jetzt ein paar Highlights aus dem Reallife-ählige LR Cup. Sehr hübsch und Sidney ist sehr hübsch. Wer spricht davon? Geprellter Lippe. Der Mann kann's, Eli mit gegenpressing. Und Eli mit dem ersten starken Trick, den macht der gut. Elias Werlich. Und das ist FAU. Was 1-0. Wer spricht davon? Geprellter Lippe. Der Mann kann's. Eli mit gegenpressing. Und Eli mit dem ersten starken Trick, den macht der gut. Elias Werlich. Und das ist traurig aus 1-0. Wer spricht davon? Geprellter Lippe. Schlussminute läuft im ersten Spiel. Ich freue mich gleich im zweiten Spiel auf den Co-Kommentator, auf Vizca Barca, Amaeli! Was für eine Chance! Beste individuelle Aktion des Spiels von Eli! Jeder, der schon mal Kleinfeld gezockt hat, weiß, wie fies solche Ecken sind. Oh mein Gott! Kubanito! Stimm mal die Halle ein für dich. Messi, 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 Messi! Und jetzt, wo sind meine Ronaldo-Fans? Für alle, die Team Ronaldo sind, da höre ich jetzt ein kräftiges Süß! Für alle, die für den GOAT sind, für Team Messi! Einmal, Messi! Ich bitte noch einmal um Aufmerksamkeit! Süß! Meti macht einen Scherenstraße! Das geht's nicht! Weiter geht's! Meti, was ist jetzt das? Ey Applaus, Applaus! Da gibt's alles, Gott! Da gibt's alles! Vielleicht ist Team Amar auch ein bisschen platt, die hat nur ein bisschen weniger Pause, muss man sagen. Jetzt fängt Team Eli an zu zaubern. Mo-O-Ba! Eli! Das ist nicht zu fassen! Ah, fassen! Ja! Sehr schön! Andrea zum Wirken! Er hat die Stärke mit dem Fuß, ne? Er hat die Stärke mit dem Fuß, auf jeden Fall. Er will sich auch nicht nochmal an der Hand verletzen. Und Sydney! Sydney, Sydney! Viele Controller und T-Boots, wie er es schon kaputt gemacht hat. Den bringt er ja auch hier mit rein! Und er wird direkt getunnelt jetzt hier! Und da geht er rein! Oh! Das ist die Entscheidung, würde ich sagen! Oh! Oh! Oh Gott! Definitiv! Das ist ja nochmal eine andere Weltklasse. Das sage ich dir so, wie es ist. Und Sydney nochmal! Oh! Oh! Hatsais! Oh! Jetzt bitte. Stehtери! Auf! Wir sehen das torareichste Spiel dieses Nachmittags. Oh! Oh! Drei Treffer braucht Team Trimax noch. Oh! Ei, 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 ei! Oh Mensch. Schade, möchte ich sagen. Oh, Gulenbein! Oh! Mit dem Schlusspfiff! Nicht zu fassen! Das ist natürlich! Zwei, eins! Da macht Bromski nichts mehr! Bromski! Komplett Halle durchdrehen. Sind nicht bitte zum Schatten! Super! Zwei schönsten Tore dieses Turniers gemacht hat. Guckt euch das an! Ja! 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 Mustafa heißt Valverde. Und Eldorce heißt Greele. Ich will nicht mit den beiden zusammenspielen. warum muss dies mal werde ich hab ich hab auf ernst ich hab alles gefragt ob ich ehrlich so aus er meint ja er schreist immer leo damit die gegenspieler sich in real life erschrecken jetzt mal ehrlich hier ein mann ist deswegen oder leo damit er wirklich durch lässt dass man durch lässt und also so du bist ein trojaner sozusagen das ist ja genau bei uns zwei leo damals immer so verstecken und so was kommt das war das leer aber wenn du leo warst du konntest nicht angegriffen werden das bitte deine kindheit das bitte tut das nicht kloppt so hart rein cherry tomaten so 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 so